bei Hexen die Ermittler und mit mir auch geübt aber die Liste und was der größte ich war so zu fliehen immer noch damit man indem ich mal versuch hochzubauen oder ich gehe es mal bei Google hat nach ich baue ein bisschen nach oben ich bin das passt hier und unterließen Nils um wie ich mein Schwert um Mönnen kommt er stammt bis alles hat gestorben wenn ich bin ich noch weiß man noch nicht der Lauf die Führung am Abend wird oh mein Gott ich habe sogar diese schwarzen Blöcke bekommen eine kiste mein gott und nur kripo stirbt auge nein er trifft mich das trifft man kann die augen oder nicht töten jetzt gibt es nicht und dann noch kaputt richtig wieder zu mir ich habe es schon gehabt sie ist ja auf einem kabel dort nicht mehr dieses hier stein nicht mehr auch die Schwarzblöcke werden jetzt auch nicht ich muss doch selbst aber wie ich kann Antrim und der Gräuens kann verlöst aus der er ist da das da war ein Material sogar das heißt man halt gibt echt eine Schandlinge ja aber leider kann man die Kraft kann man wirklich kraften das Ding ist ein neues Tor kann kraften die Amos war Eisentiere und eine in der Perle man kann die Kraft Kürzemberg versucht das mal zu kaufen der Morgang nach oben bringen ich mal versuchte mich in mein Herz bringen was ist und weitest du dieser Welt bringt tippet hier mich Anton ich habe in der Perle du weißt ich bin der letzte Runde gestorben ich hab auch ich hab nicht die nötigen warte ich zumal nach einem Enderman warte gar nichts ich hab doch was vergessen sollst du mal kurz zu mir sind natürlich auch mal versuchen zu mich zu retten oder soll ich schon selbst noch beginnen warte warte weißt du was hm ich geh mal zu meiner Stelle hin und wunderbare Legs gibts bei mir auch hm wieso leckt das wieso hä kann das ein Stormboard nicht mehr geht was wieso leckt das bei mir gerade ja weil ich bin oben du bis unten ja aber ich hab nur ein FPS von 1 hm was ok ok kleiner Schnitt ich tu mal ein kleiner Schnitt bis gleich jetzt gehts wieder ok wieder da ich tu es dann nachher zusammenschneiden naja weiß jetzt nicht was da los war wie sich das geleckt hat vielleicht hast du cooles FPS Props ja doof es beginnt da schon wieder ja ich brauche ich mach selbst ja du machst es ok 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 ich bin die zu bekommen warfene ohne kraften meine ich dann ja gut jetzt nicht nur als anderes Alter ich will es gibt Sound-Slex wieder ok der PS wurde bessern jetzt werden sie bewässern sogar ey ich glaub das sind wegen dieses Viechern die überall sind kann nicht sein hä läuft bei Mama so ich muss noch dran äh sehr viele Blöcke noch ab über 20 so wir kommen ins Ende nahe wo ich leider sterben muss auf einmal auf einmal habe ich trotzdem meine Sachen noch ok Mann wieso hab ich nicht gemacht bevor ich gestorben bin einstellen dass ich wenn ich sterbe alle meine Sachen noch da sind ich bin jetzt gestorben ja dann ich teleportier dich jetzt zu mir trotzdem hab ich FBS Props noch ein Schnitt ich hab ich hab was hätte ich halt mal kurz komplett das Spiel aus wer macht es mal so Hexe bitte starten und alles klagen ja ja ich bin ich bin da ich bin da ich hab schon eins für mich gebaut und das sind noch zwei Eisenstiefel ja ich bin so alles aber ich hab was hier und das Stiefel gefunden mit schutz 4 oder 6 9 4 voll geil voll geil mal nachdem anachend stattdessen das war ein und so ist dunkel und stattdessen Hilfeauter Hallo willkommen zurück bei den Nachdenkchnitt durch das Spiel einmal ausgeschaltet hat und wieder an und auch das jetzt geht und nicht nachfragen Sascha wie man schneidet es ist nicht schneiden ja ja zeichnet ha 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 nur der eine fängt an ja das ist nicht so das 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 ist das ist die ganzen Sachen schon geabt war das ist noch okay du auch aber egal meine Waren wertvoller als deine das war ein wirklich ja Pech ah wir brauchen noch eine Enderperle dann ist auf eine Eisentür ja man braucht zwei zwei Enderperlen nein zwei Eisentüren Schild Schild hab kein Essen nein dieser Part wird auch nichts mehr ich schneide einfach was ich da hatte und das war's wird schon reichen ja ok dann schau bis zum nächsten Mal hau rein Leute ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei wenn es heißt Hexe auf Wiedersehen ja bis zum nächsten Mal Leute tschüss